Die Nachrichten von SRF um 2 mit Dominik Rohrli. 2G und Homeoffice-Pflicht ab Montag reichen diese neuen Massnahmen. «Ich hoffe sehr, dass es reicht und ich gehe jetzt auch mal davon aus, aber es ist nicht sicher.» sagt der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri. Hoffnung für Ausreisewillige in Afghanistan, die Taliban kündigen erneut an, Reisepässe auszustellen. Und das Wetter über dem Flachland heute und morgen Hochnebel mit Auflockerungen sonst sonnig. Einschränkungen für Ungeimpfte, Homeoffice-Pflicht und mehr Tempo bei den Auffrischungsimpfungen. Mit diesen und weiteren Massnahmen reagiert der Bundesrat auf die angespannte Lage in den Spitälern und die neue Corona-Variante Omikron. Nur reicht das und sind die Kantone überhaupt auf das schnellere Boostern vorbereitet? Rudolf Hauri, Präsident der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, hat dazustellung genommen in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Mario Sturni. «Die Covid-Fallzahlen in der Schweiz stagnierten zuletzt. Das beobachte er auch in seinem Kanton, sagt der Zugerkantonsarzt Rudolf Hauri. Die Belastung der Intensivstationen bleibe aber hoch und die Ungewissheit wegen der neuen Variante Omikron auch.» Auch wenn sie sich jetzt stabilisieren könnten, Spitalzahlen meine ich, ist trotz dem System sehr gefordert und da braucht es halt Massnahmen. Vor diesem Hintergrund verschärft der Bundesrat ab Montag die Corona-Massnahmen mit 2G oder Homeoffice-Pflicht. Die Schweiz tut dies allerdings später als andere Länder. Vielleicht zu spät? «Wir hoffen sehr, dass es langt und ich gehe jetzt auch mal davon aus, aber es ist nicht sicher. Also ich kann nicht eine Prognose wagen. Sport, das ist immer so eine Sache. Ob wir wirklich zu spät sind, das kann man im Rückblick vielleicht beurteilen. Und ob es langt, das wird die nächsten wenigen Wochen. Und vor allem die Verbreitung vom Omikron und die Erkenntnis zum Omikron zeigen.» Nicht nur bei den Massnahmen reagiert die Schweiz später als andere Länder. Auch mit den Auffrischungsimpfungen hat sie sich etwas mehr Zeit gelassen. Beim Boostern will der Bundesrat jetzt aber vorwärts machen. Die Frist soll verkürzt werden. Die dritte Impfung soll es also bald schon nach vier und nicht erst nach sechs Monaten, nach der zweiten Dosis geben. Er rechne mit einer grossen Nachfrage, sagt Rudolf Hauri. «Ich habe für den eigenen Kanton reden. Wir sind sicher bereit, diese Booster zu machen. Aber auch hier braucht es einen geordneten Ablauf. Es hat überhaupt keinen Sinn und es ist überhaupt nicht nötig, dass jetzt alle am gleichen Tag geboostert werden. Sondern man kann das in einem geordneten Ablauf machen. Kapazitäten sind da. Es wird aber sicher kantonale Unterschiede geben.» «Der Booster, der sei unbestritten wichtig, so Hauri weiter.» Maria Sturni In Frankreich warnt das wissenschaftliche Corona-Beratungsgremium vor zusätzlichen Ansteckungen bei den bevorstehenden Silvesterfeiern. Deshalb müsse die Politik verschärfte Massnahmen ergreifen, schreibt das Gremium. Etwa in Bezug auf grössere Veranstaltungen. Auch Ausgangsbeschränkungen könnten nötig werden. In Paris hat das Stadtpräsidium heute das grosse Feuerwerk und verschiedene Konzerte für Silvester abgesagt. Geplant waren diese in der Nähe der Champs-Elysées. Weiter hat Gesundheitsminister Olivier Véran angekündigt, dass die Covid-Impfungen für Kinder ab fünf Jahren im besten Fall kommenden Mittwoch aufgenommen würden. In Afghanistan haben die Taliban bereits zum wiederholten Mal angekündigt, sie würden nun damit beginnen, Bürgern neue Pässe auszustellen. Morgen Sonntag würden in drei Regionen, darunter auch in der Hauptstadt Kabul, erste Pässe ausgestellt, zitiert die französische Nachrichtenagentur Agence France-Presse, einen Behördenvertreter. Allerdings, die Taliban-Führer hatten dies bereits im Oktober ein erstes Mal angekündigt. Die Passausgabe ist vor allem für jene Menschen wichtig, die das Land gerne verlassen würden. Bisher ist dies nur unter erschwerten Bedingungen möglich. In Norditalien, in der Nähe von Bergamo, hat vor dem Mittag die Erde gebebt. Laut dem italienischen Erdbebendienst hatte das Beben eine Stärke zwischen 4,3 und 4,8. Es sei auch in der Grossstadt Mailand verspürt worden, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Demnach liegen bislang keine Berichte über Schäden oder Opfer vor. Zum Sport und damit zum Ski-Alpin im italienischen Val Gardena fährt der Schweizer Nils Hintermann erstmals aufs Abfahrtspodest. Der 26-jährige Zürcher wurde Dritter hinter dem US-Amerikaner Bryce Bennett und Ottmar Striedinger aus Österreich. Hintermanns bisherige Bestleistung in der Abfahrt war ein fünfter Platz in Saalbach-Hinterglemm. Bert Feutz fuhr heute auf Rang 5. Und bei der Abfahrt der Frauen in Val D'Isère hat die Italienerin Sofia Goccia gewonnen, vor Breezy Johnson aus den USA und Miriam Puchner aus Österreich. Beste Schweizerin wurde Corinne Sutter auf Rang 6. Das Wetter. Im Norden ist es oberhalb von 900 bis 1200 Metern am Nachmittag und morgen sonnig. Darunter liegen Hochnebelfelder, die sich aber teilweise auflösen. Mit schwacher Biese liegen die Höchstwerte zwischen 1 und 6 Grad. Im sonnigen Süden gibt es rund 8 Grad. Das waren die Nachrichten von Radio SRF, verantwortlich Christoph Studer.